Im heutigen Video erfahren Sie, was eine Depression ist und warum sie auftritt. Diskutieren Sie, ob Sie oder jemand, den Sie lieben, an einer Depression leiden. Ist ein tiefer Zustand der Traurigkeit eine Störung oder ein Zustand? Viele Menschen leiden an Depressionen, aber mit unterschiedlichen Symptomen. Wir werden herausfinden, was am besten gegen Depressionen hilft und wie man sie überwinden kann. Lucrez, ein junger Mann von 25 Jahren, ist immer mit allen gut ausgekommen. Er hatte eine stabile Beziehung mit einer Freundin und einen guten Job. Seit ein paar Wochen fühlt er sich immer einsamer. Sein Leben ist weniger aufregend geworden. Er traf sich nicht mehr mit seinen Freunden und fühlte sich unter Druck gesetzt, weil andere zur gleichen Zeit wie Lucrez beruflich vorankamen. Seine Konzentration litt und seine Beziehung begann zu bröckeln. Nach Monaten des Kampfes konnte sich Lucrezius nur noch daran erinnern, dass seine Freundin ihm sagte, er verliere seine Energie, obwohl er immer noch das tat, was er tat. Das waren die ersten Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung war. Seine Gedanken kamen nicht mehr richtig in Fluss, selbst bei normalen Gesprächen. Jeder Gedanke schien gegen den Nebel in seinem Kopf ankämpfen zu müssen. Es war so schwer zu denken, wie jeden Morgen aus dem Bett zu kommen. Lucrezius war auch ohne Bewegung müde. Er nahm zu und das einzige Gewicht, das er spürte, kam von den Schmerzen, die er ertrug. Lucrez, der immer so glücklich war, kümmerte sich um nichts mehr und empfand keine Dankbarkeit für sein Leben. Er war bereits depressiv. Depressionen sind eine Form der Gemütskrankheit. Sie ist definiert als ein anhaltender Zustand der Niedergeschlagenheit oder des Verlusts der Lebensfreude, der mindestens zwei volle Wochen andauert. Es ist nicht meine Aufgabe, die neuen Kriterien für die Diagnose einer Depression aufzulisten. Die Diagnose wird von einem Psychiater und einem Psychologen gestellt. Sie werden auch den Schweregrad der Störung und die beste Behandlung bestimmen. Sie sollten wissen, dass die Gefühle, die Lucrez erlebte, denen der meisten Menschen sehr ähnlich sind, die an einer schweren, depressiven Störung leiden, was eine andere Bezeichnung für Depression ist. Ungeübte könnten denken, dass dies keinen Sinn ergibt, weil Depressionen wie Traurigkeit aussehen können. Die Menschen denken oft, es sei normal, nach einer Trennung oder einem Arbeitsplatzverlust oder bei finanziellen Problemen traurig zu sein. Depressionen beginnen früher, als man denkt. Sie ist ein Gefühl der Schwere und der mangelnden Lebensfreude. Nur wer sie erlebt hat, kann sie verstehen. Auch wenn es gute Zeiten gibt, besteht das Problem darin, dass diese Zeiten schnell vergessen werden oder, wie viele depressive Menschen sagen, dass sie es nicht wert sind, gefeiert zu werden. Das Problem ist, dass die guten Momente schnell vergessen werden oder, wie viele depressive Menschen sagen, nicht feierwürdig erscheinen. Die schlechten Zeiten scheinen jedoch noch schlimmer zu sein. Depressionen können eine Vielzahl von Symptomen hervorrufen, Zanz B. veränderte Schlafgewohnheiten, Schuld- oder Versagensgefühle, Gewichtszunahme oder Abnahme, Unruhe und in schweren Fällen sogar Selbstmordgedanken. Warum leiden manche Menschen an einer Depression, während andere ihre Traurigkeit überwinden können, obwohl sie darunter gelitten haben? Warum ist es so schwierig, eine einmal aufgetretene Depression zu überwinden? Die Wissenschaft beginnt, die Biologie der Depression und ihren Einfluss auf unsere Gedanken zu verstehen. Ich werde erklären, was passiert, denn ein gutes Unterstützungssystem und eine angemessene Behandlung sind unerlässlich. Bevor ich fortfahre, möchte ich Ihnen sagen, wer unsere Arbeit immer unterstützt, selbst wenn es um die heikelsten Themen geht. Unser Insider-Partner. Lange Zeit ging man davon aus, dass Depressionen durch ein Ungleichgewicht der Moleküle verursacht werden, mit denen die Neuronen kommunizieren und die unsere Gefühle und unser Verhalten regulieren. Tatsächlich kann ein Gehirn mit Depressionen einen niedrigen Serotonin-Spiegel, verantwortlich für die Kontrolle der Stimmung, und einen niedrigen Dopamin- und Noradrenalin-Spiegel, verantwortlich für Motivation, Energie und Antrieb, aufweisen. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Ist eine Dysregulation der Neurotransmitter eine Ursache oder eine Folge der Depression? Wissenschaftler haben nach und nach herausgefunden, dass nicht alle Menschen mit Depressionen eine solche Dysregulation der Neurotransmitter aufweisen. Jeder Fall von Depressionen ist anders, so wie auch jedes Gehirn einzigartig ist. Vielleicht hat die Depression ihre Wurzeln in etwas menschlicherem, rationalerem. Wissenschaftler haben kürzlich erkannt, dass Depressionen eher mit der Art und Weise zusammenhängen, wie ein Mensch auf die Belastungen des Lebens reagiert, als mit einem biochemischen Ungleichgewicht. Dies ist ein entscheidender Wendepunkt. Depressionen sind nicht nur ein biologischer Zustand, der mit Medikamenten behandelt werden kann, sondern auch eine psychische Störung, bei der die Gedanken den Menschen in eine depressive Stimmung versetzen. Auch die Genetik spielt eine Rolle. Kinder depressiver Eltern haben ein doppelt so hohes Risiko, eine Depression zu entwickeln, wie Kinder aus Familien ohne Depression. Chronischer Stress ist die häufigste Ursache für Depressionen. Geldmangel, körperliche oder seelische Schmerzen oder Missbrauch, sowie der Vergleich mit anderen, die erfolgreicher sind als man selbst, können zu Depressionen führen. Eine Person, der es an psychologischer Unterstützung und Betreuung mangelt, kann in einen Prozess verfallen, der als Grübeln bezeichnet wird und bei dem sie ständig über negative Dinge nachdenkt. Dieser Gedankenkreislauf erhöht den Druck, unter dem die Person steht. Das Stresshormon Cortisol ist giftig für die Neuronen, wenn es durch ständige Sorgen erhöht ist. Chronischer Stress aktiviert auch die Abwehrmechanismen des Gehirns. Angst und Wut sind aktiver, da das Gehirn versucht, die Person vor scheinbaren Gefahren zu schützen. Die Bereiche, die für das logische Denken, die Gedächtnisbildung und das Verstehen zuständig sind, treten in den Hintergrund. Deshalb kann es für Menschen mit Depressionen so schwierig sein, positiv zu denken und loszulassen. Angst und Wut dominieren, während die Fähigkeit zum Denken gehemmt ist. Auch Stress ist bei fast der Hälfte der Menschen mit Angststörungen die Ursache für eine Depression. Chronischer Schlafmangel erhöht das Risiko. Erwachsene, die weniger als fünf Stunden schlafen, haben ein um 30 bis 40 Prozent höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken als Erwachsene, die sieben Stunden schlafen. Wussten Sie das? Glauben Sie, dass Brasilien ein Land ist, in dem die Menschen zu viel arbeiten, kein Geld haben und in Angst leben? Das würde ein Umfeld schaffen, das Depressionen begünstigt. Im Fall unseres Freundes Lucrecio wurde die depressive Störung dadurch ausgelöst, dass er sah, wie es seinen Freunden gut ging, während er unbeweglich blieb. Wie viele Lucrecios in Brasilien sind verloren und wissen nicht, wie sie aus dieser Situation herauskommen können? Es gibt viele Menschen, die an Depressionen leiden. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, damit umzugehen und ihr Leben zu retten. Depressionen können geheilt werden. Weltweit sind etwa 230 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. In diesem Video erwähne ich, dass die Situation in Brasilien noch komplexer geworden ist. Mindestens 16.000 Brasilianer leiden an einer depressiven Erkrankung, 10 Prozent der Erwachsenenbevölkerung. Das ist fast doppelt so viel wie der Weltdurchschnitt. Wenn sie an einer Depression leiden, sind sie nicht allein. Noch wichtiger ist, dass es Lösungen gibt. Schwere Grad, Häufigkeit und Art der Symptome sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Bei manchen Menschen treten die Symptome der Depression mehrere Monate lang jeden Tag auf. Bei manchen Menschen wechseln sich Phasen, in denen die Symptome stärker ausgeprägt sind, mit Phasen der Remission ab. Dies kann den falschen Eindruck erwecken, dass sie geheilt sind. Auch wenn die Symptome ausbleiben, können sie jederzeit wieder auftauchen. Depressive Störungen können nicht geheilt werden, aber sie können behandelt werden. Das Wichtigste ist, zu erkennen, dass man selbst oder jemand anderes Hilfe braucht. Jeder Fall erfordert eine spezifische Behandlung, um die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Die Behandlung besteht aus einer Reihe von fortlaufenden Maßnahmen, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Symptome der Depression unter Kontrolle bringen. Die kognitive Verhaltenstherapie, KVT, die sich mit der rationalen Seite des Verstandes befasst, ist aus psychologischer Sicht eine sehr wirksame Behandlung. Viele Menschen, die an Depressionen leiden, verbringen Jahre in einer Therapie, ohne dass diese wissenschaftlich unterstützt wird. Eine Therapie kann mit den richtigen Techniken sehr hilfreich sein. Für einen älteren Menschen, der an Muskelmasse verliert, ist es so, als würde er ins Fitnessstudio gehen. Leute, eine Therapie ist wie Gehirntraining. Es kostet Mühe, nachzudenken, vor allem wenn die rationale Seite des Gehirns im Widerspruch zur emotionalen Seite steht. Die Therapie wird Gedanken verstärken und dabei helfen, Verhaltensweisen durch lohnende Aktivitäten zu formen, damit Gefühle der Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit nicht überwiegen. Das funktioniert. In dem Kommentar, den ich an meinen Blog angeheftet habe, habe ich eine Reihe von Studien hinterlassen, die zeigen, dass kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen helfen kann.